Neben der Brustvergrößerung ist die Brustverkleinerung einer meiner Schwerpunkte. Eine zu große Brust kann für eine Frau ein erhebliches Problem darstellen. Zum einen durch das Gewicht, was zu chronischen Nacken- und Rückenbeschwerden führen kann, Schwitzen in der Unterbrustfalte, oftmals fühlen sich Frauen den Blicken von Männern ausgesetzt, sie gehen nicht gerne ins Schwimmbad, sie nehmen nicht gerne am Sport teil und sind dadurch im täglichen Leben schon erheblich eingeschränkt und tragen dieses Problem seit Jahren oft mit sich herum. Dies ist nicht notwendig. Wenn ich eine Brust verkleine, muss ich das Brustdrüsengewebe völlig neu zusammensetzen. Dies, um die Durchblutung und die Sensibilität der Brustwarze zu gewährleisten. Die Narben, die dadurch entstehen, sind in der Regel nach einem halben bis einem Jahr kaum noch sichtbar. Der Eingriff kann für Sie zu einem völlig neuen Lebensgefühl führen. Er wird unter stationären Bedingungen durchgeführt. In der Regel bleiben Sie eine Nacht in der Klinik. Danach können Sie nach ca. drei bis vier Wochen wieder an Sport teilnehmen und die Ausfallzeiten im täglichen Leben sind sehr begrenzt. Wenn Sie sich für so einen Eingriff interessieren, würde ich mich sehr freuen, Sie in meiner Praxis zu begrüßen.